Herzlich Willkommen zu meinem Vlog, wie ich meiner Schwester ihre Nägel mache. Das sind ihre alten Nägel. Tadaa, hier ist meine riesige Nagelbox. Hier ist the second layer. Merkt man eventuell, dass ich obsessed bin mit Nägel machen? Ich mache jetzt Watte auf Aceton. Wo muss ich drauf nehmen? Ich habe keine Ahnung. Steht dir wohl, ich schwöre. Oh yeah. Die Nagelhaut abschneiden ist so satisfying. Jetzt kommt Rubber Base on der Nagel. Du müsst voll dolle drücken so. Alle Nägel sind dran, ist das nicht mega geil? Werden auch so lang bleiben auf jeden Fall, oder? Ja. Das machst du echt richtig gut. Jetzt mache ich Gel drauf. Erste Schicht ist drauf. Und jetzt kommt noch das Design. Das ist die Inspor. Aber ohne dieses. Oh mein Gott. Junge, das ist Krise hier. Oh yeah. Voll pretty. Das riecht nach Himmelblumen. Einfach geil. Das sieht aus wie aus dem Nagelstudio. Ich bin der King.